Wenn ich in Deutschland bin, vermisse ich schon ein bisschen die Unkompliziertheit des Waschens meiner Klamotten. Denn nicht immer wasche ich sie im Hotel, sondern auch mal unterwegs. Und ich habe einen gefunden. Hier in Weingarten bei Ravensburg gibt es tatsächlich den 90 Grad Waschsalon. Es macht Spaß hier zu waschen, die Maschinen sind von Miele und ziemlich nagelneu. Die Waschdosierung erfolgt, was ich zum ersten Mal erlebe, direkt über die Waschmaschine. Eine tolle Sache, ein tolles Programm bei 30 Grad. Was ich vermisse, sind natürlich die Fastfood-Ketten um den Waschsalons. Das gibt es nur in Amerika. Dafür haben wir hier ein bisschen Kaffeeautomaten und natürlich Mineralwasser und alles von Fanta bis Coca-Cola. Na denn, fröhliche Waschzeit.